wir gehen heute auf die wir gehen heute auf exposed wie video game konzerne ihre spieler ausbeuten abzocken ich bin sehr gespannt bei ea ja ich meine ist es nichts unbekanntes aber wo und wer noch so bei diesen ausbeuten dabei ist ich bin sehr gespannt abonniert gerne unseren channel für mehr reaktion aber auch gerne mehr vom land und falls auch kein fever lasst gerne abo da und schaut auch gerne auf instagram los geht's die videospielindustrie verdient immer mehr geld auch dank immer mehr ingame verkäufen ist cosmetics loot boxen extra leben zeitüberspringer diamanten um gold zu kaufen das ist kein liter zu kaufen kurz micro transactions die sind leider häufig ziemlich ekelhaft und manipulativ viel davon ist lange bekannt teils wehren sich die spieler aber leider wird es insgesamt nicht wirklich besser große teile der videospielbranche bewegen sich schritt für schritt in eine ungesunde gierige rücksichtslose und ausbeuterische richtung von einer industrie die viel zu wenig reguliert wird in der man sich für jeden noch so fiesen psychologischen trick nicht zu schade ist in der selbst die größten entwickler und das geht dann auch schon in richtung glücksspiel muss man muss man auch sagen ich meine wenn du dir ein pack oder so oft auf das pack kaufen drauf drücken kannst und immer wieder ein pack kauf ist es schon so eine art von glücksspiel finde ich zumindest also warum dann ein fifa ab drei jahren ist und ich finde der ultimate modus sollte dann schon ein bisschen was für älteres sein ich meine man kann sich theoretisch eine gute mannschaft der spiel aber habt euch mal die preise von der neuen angeguckt wer soll sich jemals mit mit erspielen einen erneuer spielen können ich meine du kannst du nicht verlangen dass sich die kleinen kinder lauter points kaufen damit packs öffnen und dann nur scheiße ziehen und das ist ein kreislauf der nie geschlossert der das ist ein ordentlicher kreislauf erst war dieser button funktioniert so gut ihre seelen an äußerst fragwürdige geschäftsmodelle verkaufen von spielern die kaum mehr sind als dauer werbeanzeigen bei denen echter sie sich traurig und die kunstform an allerletzter stelle stehen und die einige anfällige menschen ganz bewusst und strategisch ausnehmen das sind siebenundfünfzig bis fünfundachtzig cent pro minute dieses video ist in kooperation mit game 2 entstanden trant liefert und zum folgenden immer das traurige dann sogar in fortnett oder so ich meine du kannst du keinen vorteil in fortnett spielen aber trotzdem auch mit diesen ekelhaften skins oder auch mit diesen kooperationen zwischen disney und so weiter die die wollen die skins diese ganzen zwölfjährigen kittis und die kaufen sich das ganze das finde ich echt ein bisschen to match wieder seine perspektive als erfahrener gaming journalist außerdem findet ihr auf dem kanal seines teams ein ergänzendes zu der entstehungsgeschichte von lootboxen let's go wieder hat 16 minuten heute sind viele games erst mal gratis für den spieler vermutlich um den einstieg zu erleichtern und um auch menschen anzusprechen die vielleicht keine 50 bis 70 euro ausgeben können oder wollen entwickler müssen sich ihre entwicklungskosten dann anders wieder reinholen zum beispiel mit mikrotransaktionen eine option sind zum beispiel kaufbare kosmetische inhalte wie ein neues outfit für den eigenen charakter die sind sehr ziemlich okay also mir fällt zum beispiel das action rollenspiel path of exile ein das bietet seine kosmetischen items halt sehr direkt an du weißt genau was du kaufst und was es kostet und dann ist auch gut und du kannst selbst entscheiden brauche ich das oder brauche ich das nicht und kannst es auch sehr gut ignorieren alle spieler haben in solchen fällen weiterhin die gleichen chancen die käufe sind einfach und klar und das gameplay wird nicht behindert aber häufig machen mikrotransaktionen spiele aktiv schlechter die frage ist das ist klar okay wir haben diese idee das ist wie können wir damit geld verdienen sondern wie muss mein spiel designt sein damit es möglichst viel geld einbringt viel von dem was jetzt kommt kennt ihr vielleicht schon aus eigenen erfahrungen aber es lohnt sich sich die diversen strategien der entwickler einmal wirklich vor augen zu führen erst mal verschleiern viele spiele die tatsächlichen euro preise für dinge durch ingame währungen wenn ich für 4 euro 99 80 gems kaufen kann mit denen ich 14 splitter kaufen kann und eine neue frisur für meinen charakter kostet drei splitter wie viel kostet der haarschnitt in euro 80 50 gems ja für fünf euro 13 spiel da krieg ich dafür und sechs kostet die frisur keine ahnung ich habe es auch nicht so entkoppelt man dinge im ingame shop so weit es geht von ihrem echten präsent wahnsinn geld ausgeben zu erleichtern aber das ist nur der anfang make sure that your games aren't too skill based i made that mistake myself to skill based game you don't get people to pay you because there's no reason to das ist ein ausschnitt eines berühmt berüchtigten vortrages eines mobile spieleentwicklers darüber wie man naja seine spiele am besten austrickst und ausnimmt regel nummer eins mit reinem können sollten spieler im game auf keinen fall allzu weit kommen hier betritt pay to win die bühne das ist ein wahnsinn das ist ein wahnsinn hat einen vorteil das raubt aber vielen schnell den spaß wenn man es als entwickler übertreibt pay to progress am anfang geht alles ganz schnell im spiel man kommt gut voran das dorf wird größer der charakter wird stärker aber dann plötzlich geht alles super langsam elendige sich immer wiederholende aufgaben im spiel werden immer elendiger man muss 30 minuten warten bis sich eine ressource wieder auffüllt um weiterspielen zu können oder man zahlt halt zwei euro und wer einmal damit anfängt dem fällt jeder weitere kauf einfacher und durchschaubaren wechselkursen setzt man dann absurd hohe preise für gegenstände um zum richtigen zeitpunkt ein angebot mit einem deutlich niedrigeren preis zu machen plötzlich sind 15 euro für irgendeinen scheiß in einem handyspiel ein guter deal weil discount das nennt man anchoring macht das angebot noch zeitlich befristet und oh yeah das ist ein wahnsinn dann setzt man bezahloptionen ganz gezielt wenn die frustration am höchsten die spielen um die irration die spielen regelrecht mit einer psyche und das ist halt traurig wenn du dir die spiele von damals anguckt da wurde so viel zeit rein investiert und jetzt nur noch profit hier wirklich den hot state des spielers auszunutzen ach schon wieder tot willst du nicht für nur 138 gold wiederbelebt werden das verleitet natürlich dazu das eigene spiel so zu designen dass es diese frustrationsmomente immer und immer und immer wieder gibt und selbstverständlich nutzen viele spiele all diese techniken gleichzeitig great shadow legends oder hogwarts mystery sind sie so traurig starken videos von ultralativ zu dem thema stattdessen ist es weniger ein spiel als ein animiertes uhrwerk dass man mit geld immer weiter ölen und schneller laufen lassen kann damit man sich am wachstum der zahlen und im fortschritt der eigenen sammlung erfreuen kann es ist das abrufen und monetarisieren von dem menschen tief verankerten quellen kurzzeitiger befriedigung und das ist furchtbar schade auch im neuen pokémon unite gibt es undurchschaubar teures geld es ist echt langsamen fortschritt um das eigene lieblings pokémon freizuschalten und pay to win entweder 498 tage spielzeit für ein vollständig ausgerüstetes pokémon oder oder 120 euro geil siehe dazu dieses video von game 2 selbst die beliebtesten franchises die größten marken sind sich nicht zu schade für richtig schlechtes manipulatives mal das wird dann häufig noch irreführend vermarktet tolle cinematics ernüchternde realität diese techniken sind bei die spielen quasi standard sie werden oft einfach akzeptiert aber allein das ist das ist traurig leute das ist echt traurig in welche richtung sich unsere gaming industrie sich unsere gaming industrie bewegt wirklich das ist verdammt traurig und die sollten sich echt schämen für das ist schon bitter wenn man mal drüber nach der mobile gaming markt ist schon seit jahren der mit abstand größte teil der industrie es gibt immer mehr richtig große mainstream titel die mobile first entwickelt werden das kenne ich eigentlich schon so zehn jahren so handyspiele mögen vorreiter sein aber die geschäftsmodelle erreichen längst auch konsolen und pcs schauen wir uns als nächstes die wohl perverseste form der microtransaction an über die wir noch gar nicht gesprochen haben lootboxen ich glaube das fieber der vorratten blutboxen sind in der regel packs oder truhen in diesen befinden sich zufällige sachen mit unterschiedlichem wenn man diese lootboxen für echtes geld kaufen kann hat das ganz schön viele ähnlichkeiten zu einem einarmigen banditen die psychologischen mechanismen sind die gleichen von knapp der nebeneinander bis hin zu illusionen der kontrolle und verlustjagd bei problemspielern zahlreiche studien haben festgestellt das ist halt ein wahnsinn für lootboxen ausgibt desto problematischer ist das eigene glücksspielverhalten tendenziell es ist unklar was hier was bedingt beides wäre allerdings problematisch lootboxen werden von vielen deshalb als quasi unreguliertes glücksspiel betrachtet und dann richten sie sich häufig auch noch ganz klar an minderjährige und kinder am schlimmsten sind sie wenn die inhalte das gameplay beeinflussen und die chance etwas wirklich brauchbares zu bekommen so richtig richtig niedrig ist wir haben selber schon vor jahren darüber berichtet am beispiel der geld druckmaschine des tollsten spieleentwicklers der welt das habe ich mir letztens angeguckt das spiel erscheint jedes jahr mit minimalen änderungen neu für 50 bis 70 euro im kernspielmodus alte mit team kann man sich jedes jahr neu sein ultimatives team zusammenstellen oh mein gott die jahre jetzt schon genau mit minimalen änderungen für ja das ist sehr 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 jahre genommen angegen andere anträgen leider bekommt man spieler für sein team vor allem aus packs also lootboxen und die richtig guten spieler sind so richtig selten und um viele packs zu öffnen muss man entweder ganz ganz viel spielen oder richtig viel geld ausgeben einige länder wie belgien oder gehen in teilen dagegen vor seit neuestem auch deutschland der shitstorm ist so groß geworden dass ich dann danach kaum ein hersteller mehr getraut hat solche mechaniken ihr premium spiel einzubauen und daraus entstand dann einfach ein rückgang dieser sehr offensiven lootboxen oder predatory business sagt man eigentlich das traut sich heute kein großer spielehersteller mehr und deswegen ist es ein bisschen seltener geworden das ist zwar ein lichtblick aber in vielen teilen der industrie sind lootboxen weiter verbreitet denn je dazu gehört auch drei jahre später immer noch fifa aber aber es gibt bei ultimate team doch neben den regulären packs jetzt auch so genannte preview dort kann man einmal alle 24 stunden genau die vorher schon packs drin ist bevor man es genau und da siehst du zu 90 prozent ist scheiße drin das ist dr david sender ein führender wissenschaftler auf dem gebiet der videospiel monetarisierung ultimate team ist zwar oberflächlich betrachtet etwas besser das ist einfach die spiel mit der psyche ist es wahrscheinlich nur ein trick um regulierung zu umgehen denn man wettet immer noch nur halt auf den folgenden inhalt nicht den momentanen it's really easy to explain to a government how a vanilla player pack corresponds with gambling these novel preview packs the mechanism appears like it might be exactly the same but the explanation is much more hard den modus alte mit team gibt es natürlich auch noch in anderen großen sportspielen von ea gemeinsam sind die alte mit team spiel für antwortlich für fast 30 prozent des gesamten umsatzes von ea fifa alte mit team allein macht nach schätzungen circa 16 prozent sehr überspitzt wenn man lootboxen als glücksspiel betrachtet 16 prozent business zu fast ein drittel ein casino nice wir haben ea mit den bedenken von forschern wie dr sender kommt das meine ich ja und das dürfen kinder drei spielen das dürfen kinder drei jahren spielen obwohl es eigentlich nicht viel mehr als ein glücksspiel ist frontiert ea betont dass die gesetzgebung in vielen ländern zu dem schluss gekommen ist das sind scheißegal ein glücksspiel darstellen weil man nicht direkt geld gewinnen kann das ist auch die sichtweise der firma die schreibt zusätzlich dass es keinen schlussendlichen wissenschaftlichen konsens gebe ob lootboxen wirklich gefährlich sind die hat uns außerdem versichert dass minderjährige fifa spieler im median nur 37 euro 20 pro jahr für alte mit team ausgeben ein anderes beispiel wäre genshin impact das ist ein adventure rollenspiel mit lootbox mechaniken das letztes jahr ein riesiger hit war der youtuber m test hat rund 1700 euro verzockt beim versuch einen bestimmten genshin impact charakter zu ziehen das hat ihn dazu verleitet sich öffentlich bei allen seinen zuschauern zu entschuldigen und komplett aufzuhören geld in dem spiel auszugeben ich habe schon gehört es gibt viele spieler die die gerade so gezielt wie fifa sagen sie geben keinen cent mehr aus und probieren einfach von sich aus ein nicht so tolles aber selbst erspielt das selbst erspielt der mannschaft zu erbauen ich meine es ist wahrscheinlich unmöglich dass man da irgendwie doch ein random pack was man umsonst bekommt er 9 oder so zieht aber trotzdem finde ich das echt sehr bewundernswert pause kleiner bonus hier erlebt man die absolute verzweiflung des streamers lakari nachdem er ebenfalls rund 1700 euro ausgegeben hat um einen charakter in dem spiel freizuschalten als es endlich klappt wandelt sich seine panik in völlige ekstase okay die allermeisten menschen betrifft das alles nicht mit hoher wahrscheinlichkeit hast du noch keine paar tausend euro in ein spiel gepumpt für dich mich und viele andere spiele mit lootboxen und anderen mikrotransaktionen einfach nur nervig die meisten spieler hätten lieber keine in game verkäufe aber tja so ist es halt doch darauf zielen diese geschäftsmodelle auch gar nicht ab nein die entwickler jagen wale gerade im mobile gaming bereich macht ein verschwindend geringer teil der spieler den großteil des umsatzes aus ganz genaue zahlen gibt es nicht aber meist sind das irgendwo zwischen 0,1 und 2 prozent der spieler das sind die menschen die tausende teils zehntausende euro in die tausende euro es gibt lange analysen und es wie man sein spiel optimieren muss um diese wahl zu fangen und gezielt dazu zu bringen immer mehr geld auszugeben der vortrag aus kapitel 1 heißt zum beispiel tatsächlich let's go wailing es geht nicht darum dass eine item für 1000 euro anzubieten spiele soll gestaltet werden dass man jeden tag aufs neue eine kleine bis mittlere summe geld ausgeben kann they're the guys who have all of their clash of clans building at the max level they are already there so you can no longer sell progress to them you have to sell consumables this is where you are selling the faster healing times or or faster build times of armies this is also where you get basically unlimited upper spend unlimited upper spend geil das narrativ in der industrie ist häufig diese leute hätten das geld ja übrig das sieht die wissenschaft ganz anders spieler die zum beispiel viele loot boxen kaufen sind nicht ich glaube nicht dass ein milliardär ein billiges handy game für null euro zockt ist kann ich mir nicht vorstellen oder millionär erst einmal hätten sie die zeit nicht dazu und zweitens warum sollten die tausende von euro ausgeben die zielen genau auf solche menschen die wahrscheinlich gerade so über die runden kommen dann irgendwie nur free to play handy games zocken wollen und dann fett abgezockt werden weil sie besser werden wollen und das ist einfach die treiben leute gewollt in schulden fallen rein und das ist einfach nur traurig es gibt anzeichen dass diese menschen teils schlicht und einfach problem spieler sind menschen mit einer glücksspiel sucht die unkontrolliert immer mehr geld ausgeben obwohl sie es häufig eigentlich nicht übrig haben aber ganz genau weiß man dass oder kinder einfach weil spieleentwickler ihre daten so gut wie nie mit forschern wie dr sendel teilen vielleicht aus angst was er und andere über die wahre natur der wahl herausfinden könnten natürlich sind nicht alle spiele so aufgebaut und nicht jeder entwickler ist derart auf profite um jeden preis aus viele next gen games sind in jeder hinsicht absolute meisterwerke dazu kommen zahllose tolle in die spiele etliche für die soviel gesetzt und finanzieren sich sehr erfolgreich auf faire art und weise doch die videospielindustrie wächst immer immer weiter sie ist heute schon größer als die musik und filmindustrie zusammengenommen und mikrotransaktionen machen einen immer größeren anteil des umsatzes aus letztes jahr war es schon über 20 prozent noch deutlicher macht es der umsatz des industriegiganten activision blizzard innerhalb von nur sieben jahren sind microtransactions und abos das hauptgeschäft des unternehmens geworden bei vielen entwicklern ist die verlockung vermutlich groß die spiele richtig heftig durchzumonetizieren denn es funktioniert ganz offensichtlich genshin impact ist ein unglaublicher finanzieller erfolg es hat diese art von free to play lootbox spiel auf die konsole gebracht andere werden versuchen das zu reproduzieren zwei millionen team ist finanziell so wichtig für ea dass der konzern es sich überhaupt nicht erlauben kann den modus grundlegend zu verändern das steht tatsächlich in etwas anderen worten im letzten jahresbericht des entwicklers sind diese geschäftsmodelle wirklich nachhaltig spiele die sich über die ausbeutung einiger weniger menschen finanzieren man könnte sich zumindest in diesem extremfall die schreiben in den jahresbericht dran sie können sich nicht mal erlauben den modus zu ändern weil sie dann angst hätten nur um weniger profit zu machen das ist so traurig wirklich also was ist aus dem coolen ea von 2012 13 geworden das ist fast nicht mehr da es ist alles nur noch auf diese scheiß alt mit ihr aufgebaut selbst regulieren zum beispiel mit limits wie viel ein spieler in einem game ausgeben kann abseits davon muss man bei lootboxen über altersbeschränkungen reden immer und überall klar angezeigte gewinnchancen und preise in echt geld ja auf jeden fall am ende geht es um die frage was games sein wollen vehikel für fragwürdige praktiken um geld zu verdienen fangnetze für anfällige personen die man dann ganz eklig wale tauft oder produkte kunstwerke die wirklich geld wert sind es ist ja nicht so dass sich alles in richtung loot boxen bewegt oder so ist halt nur recht viel und sind auch leider sehr populäre spiele aber im grunde kannst du dich ja wirklich überall austoben kannst du überall sachen werden und ist gar nicht eingeschränkt ist ja nicht so als wäre der korridor nur aus lootbox games ja gs fallen tolles video und das lässt doch auch ein bisschen nachdenken in welche richtung so ein bisschen die gaming industrie speziell auch blizzard und so weiter geht also da muss man echt sagen dass es traurig weil jemand gerade die die damals spiele der kinder der jugend die die haben teilweise ich meine ich brauche sie nicht dazu in modern war 3 kauft die black ops 2 die haben kindheiten jugend die die haben ganze generationen geprägt diese games auch ich meine vier zwölf 13 das waren die spiele meiner jugend meiner kindheit und das waren einfach traum spiele du musst das nichts bezahlen du hast dir einmal das spiel um 50 60 euro gekauft und hast dann ein jahr oder noch länger spaß gehabt ich zog heute noch gern call of duty modern warfare 3 ich meine du kannst es zwar nicht mehr zocken weil so viele hacker da sind aber trotzdem das game ist kult und man musste damals nichts kaufen nicht ja dlc vielleicht eine map oder so aber ja braucht es du nicht und was ist eure meinung zu dem ganzen ich bin sehr gespannt abonniert gerne den channel und schaut gerne wenn du dich vorbei das ist echt traurig wirklich also schämt euch ich bin aber oh ich bin aber es war es oft es war es war es war